Moin, ihr seht, ich übe schon mal für Hamburg ab morgen. Ich bin ab morgen da oben und nochmal, ich werde am Freitagabend keinen Film machen können. Ich bin da auf so einem größeren Treffen. Ich weiß nicht, wann ich genau am Sonntag zurückkomme und deswegen, ich hoffe, dass ich, je nachdem wie die Stimme ist, dass ich am Sonntag den Film machen kann, den nächsten, wenn ich, sagen, Montagmorgen drinne. Dieser Film oder ab diesem Film am Sonntag oder Montag wird sich was ändern. Und zwar hatte ich irgendwann mal Mitte Oktober gesagt, da waren wir so um die 12.100. Ich glaube, wir gehen eher auf 13.500 als auf 11.500. Das hat auch eigentlich ganz gut gepasst. Ich hatte auch Scheine dazu genannt, aber dann habe ich jetzt in den letzten Tagen Mails bekommen, so ach ja, ich hätte es ja auch gern mitgemacht, aber dein Schein mit 20er Hebel war mir zu heiß, da kann ich nachts nicht schlafen. Ich kann das verstehen. 20er Hebel, das ist kein Kindergarten, kein Kinderfasching. Deswegen, ich werde dem Rechnung tragen. Und zwar dahingehend, dass ich ab dem nächsten Film, also nicht heute, sondern ab dem nächsten Film, vier Scheine nennen werde. Und zwar einen mit Hebel 20, Call und Put. Und einen mit Hebel 10, Call und Put. Ich habe mit zwei Emittenten darüber gesprochen, ob ich das so machen kann. Und da gibt es gar kein Problem, das werde ich machen. Ich werde zwei verschiedene nennen. Und das werde ich am Sonntag beziehungsweise am Montagmorgen machen. Und dann ist es für die Leute oder den Leuten Rechnung getragen, die keinen 20er Hebel haben wollen, aber die sich mit dem 10er wohlfühlen oder wohl leer fühlen. Das ist eine. Dann kamen gestern Mails, wie man sowas bewerten soll, dass zum Beispiel so eine Adidas an einem Tag 25 Prozent steigt. Also letztendlich sehe ich das so, das ist nicht nur Adidas, kommt gleich noch auf zwei andere. Die Adidas hatte halt die Geschichte, dass China die Covid-Blockade ein bisschen zu lockern scheint. Und dann kam dieser Übergang vom Puma-Chef zu Adidas. Ich finde es nach wie vor merkwürdig, bin erstaunt, dass sowas funktioniert. Der geht mit allen Daten, die er hat, von Puma innerhalb von zwei Monaten zu Adidas. Tja, aber das werden sie schon rechtlich irgendwie abgesichert haben. Das ist da der Grund. Aber grundsätzlich ist es, eine größere Order trifft auf leere Bücher. Ja, das Gleiche kann man sehen in Hypoport oder Hypoport. Das sind keine kleinen Firmen, das ist ein 700 Millionen Marktkapitalisierungsunternehmen. Hypoport genauso. Oder heute Heidelberger Frustmaschinen. Ja, 19 Prozent momentan besser. Die Bücher sind einfach leer. Es ist irgendwo so eine frustrierte Stimmung. Viele haben in dem Jahr Geld verloren. Und wer keins verloren hat, wer hier im Plus-Minus-Null rausgeht am Jahre des Endes, das ist schon gut. Das ist wirklich gut. Aber ich sehe, dass ja auch viele Sparpläne und so liegen hinten. Das ist aber der Grund, den ich anführen möchte, warum solche Bewegungen, so wie heute jetzt den Heidelberger Druck mit 20 Prozent, da treffen größere Orders auf leere Bücher. Und wenn die was zu kaufen haben, dann müssen sie halt 5 und dann 10 und dann 15 und dann 20 Prozent mehr zahlen. Die Zahlen, die genannt werden für die verschiedenen Unternehmen, mal sind sie gut, mal sind sie schlecht und dann werden sie halt überinterpretiert. Und dann kommt das leere Buch hinzu. Das gilt nach oben wie nach unten. Aber jetzt gucken wir mal auf den DAX hier. Also, das mache ich mal ein bisschen größer. Das Doppeltop hier können wir rausnehmen. Das existiert nicht mehr. Gibt es nicht mehr, hat sich erledigt. Wir haben das 38er Retracement von dieser Bewegung vom All-Time-High überboten. Durchaus nachhaltig. Das war bei 13.550 und im Moment handeln wir bei 13.667. Ist auch erstmal ad acta gelegt. Wir liegen leicht über der 200-Tage-Linie. Vom Chart her gibt es ein kleines Gap hier. Das ist vom 18.8. bei 13.697. Da waren wir ganz kurz dran. Und danach gibt es nur diese, wie heißt das so schön, gedashte Linie. Warte mal, die kriege ich auch ein bisschen größer, dass man die besser sieht. Und das ist halt, wo ist jetzt mein Fadenkreuz? Das ist halt hier vom 16.8. da war das hoch bei 13.947. Ich finde die Umsätze vor dem Hintergrund dieser Bewegung nicht besonders toll. Aber sie sind da. Man darf sich da auf gar keinen Fall dagegen stellen. Ich habe einmal einen kleinen Short probiert. Das ging gerade mal so plus minus null auf. Und danach steigt er immer wieder. Ich kann das Wort Jahresendrallye nicht hören. Und das ist für mich so eines der absoluten Unworte. Aber es ist so. Wir sind von der Tagestechnik her nach wie vor sehr hoch. Wir sind rechnerisch bei 96,15 im Oszillator. Das ist hoch. Wir flachen ab im MACD. Dieser ganze Bereich, der bleibt schwierig. Das ist nach wie vor ein Cluster. Und der nächste Cluster-Punkt ist die gedäschte Linie hier bei 13.947. Da ist der nächste Punkt. Wir haben ordentlich einen Schluck bisher genommen. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn die Umsätze so gering bleiben und es auch kaum einen Gegenwehr gibt, dass wir das durchaus nochmal ausfüllen. Das obere Band steigt immer weiter. Beide Bänder gehen hoch. Das ist grundsätzlich positiv. Wir handeln über der 20-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie in Verbindung mit diesem Downtrend, den wir hatten vom All-Time-High, liegt jetzt so bei 13.000. Also das trifft sich morgen so bei 13.050 ungefähr. Eher 13.130. Das ist auf jeden Fall so eine Kreuzunterstützung. Die ist wichtig. Jetzt haben wir die Midterms abgewartet. Und da ist ja immer noch kein Resultat zu sehen. Und wenn ich das richtig höre, das kann Wochen dauern. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Schmieren-Komödien in den diversen amerikanischen Fernsehsendern. Und der eine sagt Lüge und der andere sagt es richtig. Und meine Güte, die kriegen einfach keine Ruhe da drüben rein. Wie dem auch sei, das ist also jetzt eine gute Unterstützung. 13.130, gefolgt von der hier 13.000. Und das ist der Major-Widerstand. Wenn der hier drüber gehen sollte, über die 14.000, dann ist dieser Dow-Trend nach Dow ad acta gelegt. Aus einem Dow-Trend, wenn er gebrochen wird, entsteht nicht automatisch ein Aufwärtstrend. Das muss man wissen. Dann kann er da erstmal ein bisschen rumoszillieren. Aber der Dow-Trend ist dann damit fertig. Damit müssen auch viele Endanleger im Sinne von Fonds weitermachen. Gucken wir mal auf die 4 Stunden. Das ist ja die Aufgabe vom Mittwochfilm. 4 Stunden sind wir ganz, ganz leicht negativ. Sowohl über den Oszillator als auch über das MACD. Das ist wie eine Bremse. Das hält den, das zurrt den fest. Und er schafft es nicht, dir nennen es, mehr drüber zu kommen. Also von der 4-Stunden-Sicht her muss ich sagen, das ist eher so eine kleine Patz-Situation. Ja, ist noch in Ordnung, aber auch hier ist eine Unterstützung, das ist dieser Punkt hier, der sich verbindet mit dem 20er-Gleitenden Durchschnitt bei 13.440. Ich glaube allerdings, dass ein paar Schleusen aufgehen könnten, wenn wir hier das Low bei 13.485, wenn wir das hier unterbieten. Interessant wird die Geschichte auf Stundensicht. Und zwar hier sieht man das relativ deutlich. Der zieht hoch und dann atmet er. Zieht er wieder hoch und atmet. Zieht er wieder hoch und atmet. Und das war jetzt eine ganze Zeit lang, war das nichts anderes als eine Bullenflagge hier oben. Da sind wir einmal durch und runter, schließen wieder drin. Aber jetzt mit dem aktuellen Kurs von 13.681 nehmen wir das schon wieder raus. Und visieren das Tagesoran. Und das war jetzt heute, ich glaube, es war ein bisschen über der, ja genau, 13.700,8. Also der hat noch, der hat noch Spannung nach oben. Ja, das Momentum ist noch da. Ich habe zu wenig Verkaufssignale, um zu sagen, okay, das geht raus. Der sucht praktisch diesen Widerstand, wo es hier auf Stundenball ist. Der sucht den. Ja, das ist ein gewisser Magnetismus. Ich gehe mal zurück auf die vier Stunden. So, und zwar habe ich folgende Scheine. Wie gesagt, heute sind es erstmal nur zwei. Das eine ist ein Korn mit der Basis 12.927. Damit sind wir unter diesem Tief, was wir hatten am 3.11. Das ist jetzt auch schon sechs Tage her. So im Bereich um 12 Uhr. Also, das ist, ich finde, der ist nah genug dran, hat im Moment einen 18er Hebel. Ist nah genug dran, um diese Bewegung noch mitzumachen. Wer an sie glaubt. Ich kaufe keine Calls auf dem Index mehr. Ich bin viel mehr in Aktien drin. Das ist aber die GZ2UYF. Und dann habe ich einen 20er Hebel genommen, bei einem Put mit der Basis 14.000, naja, ich runde jetzt mal leicht, 300. Da sind wir hier oben. Wir sind hinter diesem Hoch. Aber ich meine, wenn man das eingeht, weil der dann hier irgendwie abbricht, dann sollte man, abbricht und dann wieder steigt, dann sollte man, wenn das überboten ist, bei 13.950, spätestens ab 14.000 rum, sollte man den schließen. Das ist der hier. Das ist ein 14.296, im Moment ein Hebel von 20. Der dürfte sogar bei 21 sein. Das ist die GK6BWR. Also nochmal zusammenfassen. Ich denke, der hat durchaus noch die Möglichkeit, ein bisschen höher zu gehen. So viel wird es nicht werden. Bitte mich nicht ansprechen auf den Ausdruck Jahresendrallye. Da reagiere ich sehr allergisch drauf. Aber er hat noch Platz. Er hat kein sinnvolles Verkaufssignal. Wenn gleich auf 4-Stunden-Ebene das alles so ein bisschen weicher wird. Aber es ist noch kein sinnvolles Verkaufssignal. Also dann entweder am Sonntagabend oder am Montagmorgen gibt es den nächsten Film. Damit mehr scheinen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.